Wir sind, wir sind dabei. Krass Nass, die Tigerenten-Club-Sommerspiele 2017. Heute das große Finale mit euren Moderatoren Mushta und Johannes. Zwei Wochen haben wir auf diesen Tag gewartet. Schön, dass ihr dabei seid. Großer Finaltag bei den Tigerenten-Club-Sommerspielen 2017. Wir suchen unseren Krass Nass-Champion des Jahres. Drei Kandidaten haben neun Tage lang dafür gekämpft. Heute ist es endlich soweit. Hier sind für euch Lea, Johanna und Ben. Herzlich willkommen, ihr drei, am großen Finaltag. Zwölf Kandidaten waren es am Anfang, drei sind noch übrig. Sie kämpft um den Einzug ins Finale. Unsere Lea, sie hat zwar bisher noch keinen Tagessieg, aber sie hat sich vorgenommen, der erste Tagessieg, der wird gleich der Champions-Sieg werden. Johanna nimmt bereits zwei Medaillen mit nach Hause. Für heute sagt sie sich aber, den dritten Platz, den kann irgendwer anders haben. Ich will auf jeden Fall ins Finale. Und unser letzter Junge in der Runde, Mr. Cool, es ist Ben. Er hat gesagt, sein Motto heute, Augen zu und durch alles geben. Stark sind sie alle drei auf jeden Fall. Und ihr zu Hause geht jetzt auf krassnass.de. Denn bevor die Kandidaten starten, könnt ihr für euren heimlichen Favoriten abstimmen. Und unter allen, die den richtigen Sieger tippen, verlosen wir... Hier ist was sehr, sehr cooles. Es gibt ein... Boah, ist das cool! ...XXL-Pool für euren Pool zu Hause. Da könnt ihr es euch gemütlich machen. Also ich würde sagen, es lohnt sich... Auf jeden Fall! Geht jetzt auf krassnass.de, bevor die Spieler starten. Habt ihr noch die Chance, eure Stimme abzugeben. Und natürlich auch am großen Finaltag ist unser Lieblingskommentator dabei. Hallo Martin, alles gut bei dir? Martin, hi! Hallo Muschda, hallo Johannes. Heute ist also der Tag der Entscheidung. Nicht nur die Spieler werden ihr Bestes geben. Auch ich gebe natürlich wieder alles hier in der Kommentatorenbox. So, dann gucken wir uns mal den ersten Parcours an. Es geht heute um einiges. Natürlich wieder mit dabei unser Käpt'n Krassnass! Er ist bereit, es kann losgehen. Achtung, fertig, krassnass! Der Käpt'n zeigt uns auch am Finaltag, wie es gehen soll. Als erstes kommt die Zweierkombination auf der Wasserrutsche. Der Käpt'n wie immer ohne Zeit unterwegs. Gleich bei den Spielern gilt, wer als Schnellster durch diesen ersten Parcours kommt, der ist direkt im großen Finale. Die Dschungelwelt haben wir gerade gesehen. Und zum Abschluss des ersten Parcours der Kletterfels. Dann geht's zum ersten Mal zum Wasser. Der Käpt'n auf dem Wasserrutsche. Der Käpt'n auf dem Wasserrutsche. Sehr gut, Käpt'n auf dem Wasserrutsche. So wird's gemacht. Jetzt kommt unsere erste Kandidatin. Ihr Motto heute, genießt den Moment. Hier ist Lea. Genießen wird sie es auf jeden Fall heute. Und du siehst von außen noch ziemlich entspannt aus, Lea. Es geht doch um den Finalplatz. Ja, es sieht vielleicht von außen so aus, aber von innen ist es nicht so. Oh, oh, oh. Innen drin brodelt es also. Dann mach dich jetzt startklar. Denk da dran. Der Spieler mit der besten Zeit im ersten Parcours sichert sich auf jeden Fall den Finalplatz. Also Lea, Achtung, fertig, krass. Lea ist der beste Beweis dafür, dass man es auch ohne Tagessieg ins Finale schaffen kann. Sie hat zwar keine Medaille, aber ich habe trotzdem größten Respekt vor ihrer Leistung. Da macht es kräftig Platsch. Krass, naß, so heißt die Show. Und so geht's hier auch los im Finale. Da haut sie auch ganz schön in die Pfütze. Jetzt schnell aufstehen, schnell zum nächsten Element. Leichter Wackler bei Lea. Es geht hier um jede Sekunde. Und es geht jetzt um einen sicheren Weg durch die Dschungelwelt. Die Liane, das ist eine Hängepartie für sie. Zweimal ist sie schon im Graben gelandet. Dieses Mal perfekt gelöst. Hat sich also den besten Schwung für den Finaltag aufgehoben. Jetzt der Anstieg. Hoch zur Rutsche, einmal raus. Sie zeigt hier wirklich Willen. Sie zeigt bis. Sie kann jetzt hier eine erste gute Zeit vorlegen, wenn sie da jetzt nicht nochmal den Halt verliert. Wieder ein kleiner Wackler. Eine Minute zehn sind schon rum. Wir werden gleich sehen, was diese erste Zeit von Lea bedeutet. Ob sie sich damit ins Finale, ins große Finale spielen kann. Willkommen im Ziel, Lea. Ich hatte das Gefühl, das war ein Run ohne große Fehler. Siehst du es ähnlich? Ne, ich bin bei der Rutsche mit dem Delfin am Ausgang stecken geblieben. Ja, da ist voll viel Wasser und bin ich ausgerutscht. Ich kann dir sagen, du bist die erste. Du darfst auf jeden Fall Platz nehmen im Strandkorb. Und jetzt geht es weiter mit der Johanna. Die Zeit, die zu schlagen, ist eine Minute 19 Sekunden. Du bist ja immer eher so die aufgeregte Kandidatin. Ich habe da so eine Ahnung, wie es dir heute geht. Ich bin so nervös wie noch nie. Mein Wach fühlt sich gerade so richtig, keine Ahnung wie an. Aber ich bin echt nervös gerade. Oh je, ich möchte nicht mit dir tauschen. Wie hast du denn geschlafen? Also ich habe eigentlich gut geschlafen, aber ich habe irgendwie so wirres Zeug geträumt. Die ganze Zeit von Krasten Haas auch geträumt. Ich habe geträumt, ich habe meine Medaille zerdeppert. Aber weißt du was, Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Ja, hoffentlich. Das hoffe ich auch. Johanna, mach dich bereit. Es geht gleich los für dich. Gib alles, okay? Achtung, fertig, krass, nass! Was für eine Geschichte. Sie hat sogar geträumt von Krass Nass. Heute kann sie ihren Traum vom Titel 2017 wahrmachen. Sie hat ja schon die ganze Woche finalreife Leistungen gezeigt. Und auch bis jetzt ist von Nervosität und Bauchgrummeln mal überhaupt nichts zu sehen. Stark, wie Johanna hier das erste Hindernis meistert. Ihr Ziel war es ja vor der Show, unter die Top 5 zu kommen. Jetzt ist sie schon unter den letzten drei. Aber es soll natürlich noch weiter nach oben gehen. Platz 1, das wäre doch eine Nummer für Johanna. Der Tatshandschwung hat gut geklappt. Jetzt dieser fiese, enge Tunnel. Aber auch da ist sie gut durchgekommen. Ist für meine Begriffe etwas schneller unterwegs als Lea zuvor. 52 Sekunden vorbei mit großen, langen Schritten. Geht sie da den Kletterfels hoch. Klasse, da macht sie einige Sekunden gut. Und das wird die neue Bestzeit im ersten Parcours. Wir stoppen die Zeit. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie jetzt im Finale alle über sich hinaus wachsen. Kriegt man da Routine? Wird das leichter mit dem Parcours? Definitiv nicht, nein. Also man hat, glaube ich, einfach mehr Ansporn. Man weiß, man muss besser sein, damit man auch wirklich die Chance hat, zu gewinnen. Und das sport dann einfach an. Wenn ich dich richtig verstehe, du willst es unbedingt, oder? Komm, wir gucken auf die Zeit. Eine Minute und vier Sekunden. Das heißt, mit dir ab in den Strandkopf, meine Liebe. Wenn es so bleibt, dann wäre Johanna im Finale. Aber es gibt da noch jemanden, der das vermiesen möchte. Der Ben. Was sagst du zu Johannas Leistung? Übelst schnell. Also ich hoffe, ich packe es. Okay, dann mach dich bereit, Ben. Es geht um alles, nämlich ums Finale. Achtung, fertig, krass, Marsch! Eine Minute und vier Sekunden. Das ist die Ansage von Johanna. Und wie würde Ben es sagen? Der muss sich jetzt übelst beeilen. Sieht bis jetzt auch souverän aus. Kleine, schnelle Schritte. Wunderbar. Auch der Übergang hat geklappt. Ja, jetzt darf er vielleicht eine, vielleicht zwei Sekunden verloren. Jetzt bloß keinen Fehler machen in der Dschungelwelt. Die Liane, jawohl. Keine Strafzeit für ihn. Und er versucht wieder mit einem Sprung durch diese beiden Balken durch. Bleibt dann aber fast am Tunneleingang hängen. Hat dort mit Sicherheit ein, zwei Sekunden liegen lassen. Und am Kletterfels, da war Johanna so bärenstark. Was zeigt uns jetzt Ben? Rutscht da ab, versucht sich mit den Händen festzuhalten. Nochmal kriegt er nicht den richtigen Halt. Das war's dann wohl mit der Topzeit. Das heißt, Johanna steht ganz fest im großen Finale. Und Ben muss gleich ins Entscheidungsduell mit Lea. Ben, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Du hast auf den Buzzer gehauen, alles in Ordnung bei dir, mein Lieber? Ja. Wenn du was Vollgas gegeben, auf den Buzzer noch gehauen. Das ist Einsatz, wenn es ums Finale geht bei Krasnas. Ich hatte das Gefühl, das war ein fast perfekter Lauf. Und dann kam dieser Kletterfelsen. Was ist denn da passiert? Ich bin einfach abgerutscht. Am Anfang? Oder hat er die Kraft gefehlt? Nee, einfach abgerutscht. Ja. Komm, du hast alles gegeben. Lass uns mal zusammen auf deine Zeit schauen. Eine Minute und elf Sekunden. Das bedeutet, unser Ben steht aktuell auf Platz 2. Bedeutet, Johanna ist ganz, ganz sicher im Finale. Und jetzt kommt es zum direkten Duell zwischen Ben und Lea. Den ersten sicheren Platz im Finale hat sich Johanna also gesichert. Und ein Los hätten wir noch. Genau. Entweder bekommt das Lea oder Ben. Wir gucken uns mal den Parcours an. Wer muss das machen? Natürlich. Käpt'n krass nass. Dann leg doch mal los. Achtung. Fertig krass nass. Der Käpt'n ins erste Element rein. Das ist das Labyrinth. Er ist dort alleine unterwegs. Gleich müssen aber Ben und Lea gemeinsam da rein. Und zwar einer von links und einer von rechts. Das heißt, es wird eine Begegnung im Labyrinth geben. Dann geht es rüber zum Monsterpool. Da geht es auf so ein Surfbrett drauf. Und man muss sich an der Schnur an dem Seil nach vorne ziehen in Richtung Ausgang. Und um den zweiten Platz im großen Finale neben Johanna zu bekommen, muss man noch seinen Ball runterschießen und zum Wasser. Sehr gut, Käpt'n auf den Wasser hauen. Jetzt sind die beiden da uns, die um den Einzug kämpfen ins große Finale. Hinter uns ist das Labyrinth. Aber wir müssen natürlich noch entscheiden, wer muss links, wer muss rechts rein. Ich schlage vor, wir schnicken einfach drum. Also, 3, 2, 1. Schnick, schnack, schluck. Stein, genau. Also, das heißt... Ben darf entscheiden. Ach, er war Papier so rum. Genau, Papier schlägt Stein. Natürlich. Ihr seid startklar? Es geht los. Achtung, fertig, krass nass. Was für ein Nervenkitzel am Finaltag von krass nass 2017. Beide gegeneinander im direkten Duell. Da hat Lea einmal falsch geschaut. Dann fasst der Zusammenstoß im Labyrinth. Für meine Begriffe hat Ben ein, zwei Meter Vorsprung. Aber das muss noch gar nichts heißen, denn es kommt ja noch der Monsterpool. Ben wählt das rechte Surfbrett. Da ist auch Lea schon, aber ihr Surfbrett rutscht ihr unter den Beinen weg. Gibt's doch gar nicht. Und das im Entscheidungsduell war das schon die Entscheidung. Ben macht sich auf den Weg zum Ausstieg. Muss jetzt nur noch seinen gelb-grünen Ball runterschießen. Und dann steht er im Finale. Da ist es passiert. Vorbei, vorbei. Das ging jetzt wirklich schnell. Der Winter hat auch ein bisschen mitgespielt. Ben, weißt du, was das heißt? Kommt beide zu uns auf unsere Seite. Ja. Ben, du darfst es selber sagen. Genau. Was hast du gerade erreicht? Finale. So ist es. Herzlich willkommen im Finale, Ben. Lea, du hast super gekämpft. Super Twitter-Platz. Du hast echt alles gegeben. Es war ganz, ganz knapp. Und der Wind, der war so nett, der hat dein Ball schon vorher runtergehauen. Ja, dann. Hat es dir trotzdem Spaß gemacht bei KrassNast? Ja. Du kannst echt stolz auf dich sein. Vielen, vielen Dank, dass du tagelang gekämpft hast. Und herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Danke schön. Sehr gut gemacht. Und jetzt, Ben, heißt es für dich antreten im großen Finale gegen Johanna. Wir sind dabei. Und jetzt sind es nur noch wenige Minuten. Und dann wissen wir, wer KrassNast-Champion 2017 wird. Johanna, dein Motto fürs Finale lautet natürlich Augen auf und durch. Also nix hier mit Augen zu. Du, wie geht es dir jetzt gerade? Was geht dir durch den Kopf? Wie sehr willst du es? Ich will es wirklich sehr. Und es ist halt so, ich bin weniger nervös als vorhin, aber dann auch wieder mehr. Also ich denke mir so, du kannst es schaffen, dann bin ich weniger nervös. Und dann bin ich wieder so nervös, dass ich am liebsten rumspringen würde oder so. Also jetzt gerade bin ich sehr nervös. Okay, komm, dann springen wir noch eine Runde und hören mal, wie es Ben geht. Und wir reden mit Ben, denn nervös sein ist auf jeden Fall unser Stichwort Ben. Du warst die ganze Staffel unser Mr. Cool. Hast du dir nix anmerken lassen? Jetzt bist du im Finale. Wie sieht es bei dir aus? Also wie Johanna schon gesagt hat, so ist es bei mir auch. Und ich bin auch wirklich sehr nervös, weil es ist ja auch ein wirklich langer Parcours. Ich kann nur eins sagen, ihr habt es beide auf jeden Fall verdient, im Finale zu sein. Ihr seid echte Kämpfer, ihr habt alles gegeben. Einer von euch wird Krasnass Champion 2017. Und welcher Final-Parcours jetzt auf euch wartet, das zeigt euch Käpt'n Krasnass. Da ist er. Es ist der längste Parcours, den wir bisher haben und der Käpt'n wird ihn euch jetzt einmal vormachen. Käpt'n Achtung, fertig, Krasnass. Wir haben ja schon viel gesehen bei Krasnass, aber ich finde, dieser letzte Parcours, der sprengt wirklich alle Grenzen. Die Schlitterbahn ist also das erste Element. Dann geht es in den Monsterpool. Da muss man unten durch einen roten Ring durchtauchen. Dann der Ausstieg und es geht weiter in Richtung Megapiste. Klettern, krabbeln, kraxeln, da ist wieder alles mit dabei. Dann der Übergang in den Hindernispool, unter der gelben Stange durch, über die grüne Stange drüber. Da kommt auch der Superheld-Käpt'n Krasnass an seine Grenzen. Dann die Liane in der Dschungelwelt. Der fiese Tunnel, da muss man auch noch durch. Also dieser Parcours ist wirklich finalwürdig. Auch hier möchte ich nochmal sagen, klasse, wie der Käpt'n hier wirklich alles gibt, um den Spielern den Weg zu zeigen. Jetzt geht's hoch auf den Kletterfeld. Dann nochmal durch, durchs Labyrinth, aber nicht einfach nur den richtigen Weg finden. Nein, da muss man auch noch einen Paddel finden, denn das braucht man später beim nächsten Element, nämlich im Monsterpool. Wie gesagt, alles im direkten Duell, auch dann im Monsterpool auf dem Floß. Da gilt es sich, so schnell wie möglich auf die andere Seite zu paddeln. Und wer dann als erstes den Buzzer drückt, der ist Krasnass-Champion. Vielen Dank, Käpt'n Krasnass. Boah, ich bin richtig aufgeregt jetzt. Das geht mir genauso. Ich weiß nicht, ob wen ihr zu Hause getippt habt. Ich finde, es hätten beide auf jeden Fall verdient. Total. Beide super starke Spieler, aber jetzt geht's um alles. Lass uns anfangen? Ja. Achtung, fertig, Krasnass! Es ist soweit. Johanna und Ben im direkten Duell gegeneinander um die Krone bei Krasnass 2017. Beide müssen schon am Anstieg auf die Schlitterbahn rauf ein bisschen kämpfen. Und Johanna hat schon ein bisschen Vorsprung vor Ben. Sie hat sich schon mal kurz umgeschaut. Wo ist er? Wo ist mein Konkurrent? Ist als Erster im Monsterpool. Aber da springt auch schon gleich Ben hinterher. Beide fasst gleich auf. Beide müssen durch diesen Ring durch. Jawohl, das hat bei beiden geklappt. Jetzt Kraularmzüge bei Johanna. Sie ist als Erster am Ausstieg. Aber Ben kämpft sich ran. Ist noch auf Tuchfühlung. Das sieht wirklich gut aus. Jetzt hat er ein bisschen Probleme beim Ausstieg. Und hat schon drei, vier Meter Rückstand auf Johanna. Wo ist Ben? Da ist er. Er ist ihr auf den Fersen. Aber Johanna lässt sich da nicht beirren. Lässt sich da überhaupt nicht verwirren von dieser Verfolgungsjagd. Jetzt ist Ben fast gleich auf. Aber schafft es dann nicht schnell genug den Anstieg hoch. Johanna weiter vorne. Sie führt das Rennen von vorne an. Kann sie das bis zum Ende halten? Es ist so wahnsinnig spannend. Und dieser Parcours, der ist ja noch ewig lang. Hier ist noch überhaupt gar nichts entschieden. Johanna in der Dschungelwelt. Jetzt bloß keinen Fehler machen beim Tarzanschwung. Wunderbar gelöst von Johanna. Sie spürt Ben in ihrem Nacken. Aber bleibt weiter fokussiert. Jetzt diese fiesen, engen Tunnel. Da gucken beide Helme fast zeitgleich am anderen Ende aus dem Tunnel raus. Mann, ist das hier ein Nervenkrimi zwischen diesen beiden. Zwischen diesen fantastischen Spielern. Johanna und Ben. Johanna als erster auf dem Kletterfels. Rutscht da ein bisschen weg. Aber Ben kann das erstmal nicht nutzen. Das war doch die Chance, um an Johanna vorbeizuziehen. Sie hatte da leichte Probleme, ist aber jetzt schon oben am Gipfel angekommen. Da ist Johanna. Sie hat einen kleinen Vorsprung. Aber kann sie den auch bis ins Ziel retten? Das ist die große Frage. Es geht rein ins Labyrinth. Den einfachen Weg, den kennen sie natürlich beide. Aber wo ist dieses Paddel, das man braucht, um nachher im Monsterpool mit dem Floß rüber zu kommen? Das ist jetzt eine ganz knifflige Situation für beide. Johanna hat als erstes ihr Paddel gefunden. Dann begegnen sich die beiden. Ben weiß, hey, wenn sie da ihr Paddel findet, dann muss da auch mein stehen. So ist es. Jetzt heißt es schnell hinterher. Denn Johanna ist schon im Ausgang. Es ist nur noch der Monsterpool. Fährt sie jetzt mit dem Floß ins Glück. Ben kämpft sich nochmal ran. Reicht der Vorsprung für Johanna. Sie kämpft. Sie wird da ein bisschen abgetrieben an den Beckenrand. Sie schaut nach hinten. Wo ist Ben? Wo ist mein Konkurrent? Schaut in diese Gesichter. Beide voll fokussiert. Sie wollen beide den Titel. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Unglaublich, wie sich Ben nochmal rangekämpft hat. Aber Johanna steigt als erster aus und gewinnt Krasnars. Und wir haben eine Gewinnung von Krasnars 2017. Johanna, du hast es geschafft. Und wir haben das geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Ben, komm zu uns. Ey, was war das für ein Finale? Es gibt ja gar nichts. Was war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wirklich drei Sekunden. Nicht viel mehr. Ne. Ben, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Vielen Dank, dass du dabei warst. Du hast so gekämpft bis zum Schluss. Geht es dir gut? Ja. Ja. Ich nicht so. Oh Mann. Mann, Mann, Mann. Soll es es aber, wer krass nass. Johanna, du hast dir diesen Sieg auf jeden Fall verdient gehabt. Ganz kurz für dich. Du wolltest es unbedingt. Du hast es geschafft. Wie war der letzte Final-Parcours für dich? Also man hat sie ja nur so gedacht, oh, ich kann echt nicht mehr. Aber irgendwie hat man dann noch so Kraft gefunden. Hat die einfach bis zum Schluss eingesetzt. Und dann ist man durchgewählt und hat sie gedacht, yes, geschafft. Die Kraft hat auf jeden Fall gereicht. Absolut. Mega, mega cool. Ich freue mich sehr für dich. Unser Krasnars-Champion 2017 heißt... Johanna! Herzlichen Glückwunsch. Sie hat es nicht verdient. Das steht hier ausgezeichnet. Sie freut sich. War das spannend. Gibt es ja gar nicht. Ich dachte am Ende noch beim Pool. Ja, ich auch. Da kommt man ran. Jetzt könnte alles passieren. Also wenn ihr zu Hause vielleicht auch auf Johanna getippt habt, dann habt ihr vielleicht auch was gewonnen. Klickt euch rein auf krassnass.de. Dann gibt es unseren XXL-Pool für euch. Oh ja, mega cool. Besucht außerdem unbedingt die Tiger-Hand-Club-Accounts bei Facebook und Instagram. Da könnt ihr euch alles anschauen, was hinter den Kulissen passiert ist. Und das war ziemlich viel lustiges Zeug. Das kann ich euch versprechen. Käpt'n krassnass, Ben, Johanna, Johannes hat super viel Spaß gemacht mit euch. Danke euch so. Schön, dass auch ihr dabei wart. Das war für euch krassnass. Wir sind, wir sind dabei. Wir sind, wir sind das, was bleibt. Wir sind, wir sind dabei. Und sehen halt wie das Leben, die Schichten schreibt.